Nicht-Klitoris bedeutet wörtlich übersetzt kleiner Hügel und ist das zentrale Organ für weibliche Lust. Ich lerne nicht umsonst jeden Tag drei Wikipedia-Seiten auswendig. Drei Wikipedia-Seiten am Tag, drei Hauptbefälle, die mein Gehirn hat. Und auch wenn es dich nicht so interessiert, ich erklär dir alles, was hier so passiert. Drei Wikipedia-Seiten am Tag, unnützes Wissen macht mein Gehirn stark. Und wenn du einmal nicht mehr weiter weißt, komm doch zu mir und ich erklär dir den Scheiß. Du erklärst uns alles und du kennst jedes Buch, doch das Wissen, das du anhäufst, ist für dich wie ein Fluch. Denn hinter deinem hübschen Gesicht erkennt man das Gewicht von deinem dicken Gehirn nicht. Du musst immer lernen und kannst dein Gehirn nicht abschalten und wunderst dich, warum die Leute dich für eine Streberin halten. Mit News kannst du nichts anfangen, hast nie mit einem gepennt, denn sie sind nicht so wie du, Lesbisch und überintelligent. Doch, wenn dich nur einer dumm nennt. Nach deiner Meinung hat niemand gefragt, du dumme Schlampe. Kommt gleich Harry Potter mit One Weasley angewähnt. Hast du sie gerade dumm genannt? Mit Intelligenz bist du wohl allein, doch diese beiden Jungs werden immer bei dir sein. Du weißt, dass sie dir zur Stelle sind und dass sie dich lieben, obwohl sie nicht besonders helle sind. Drei Wikipedia-Seiten am Tag und jetzt das Wissen macht mein Gehirn stark. Und wenn du einmal nicht mehr weiter weißt, komm doch zu mir und ich erklär dir den Scheiß. Drei Wikipedia-Seiten am Tag, in mir steckt nur Wissen vom Hauptesknochenmarkt. Und auch wenn es mich selbst nicht so interessiert, ich lerne einfach alles. Was ist sie?